hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute mal minecraft mörder auf halb pixel und zwar alleine den accessions mod habe ich ja versprochen dass wir mal spielen vielleicht mal und tue ich das auch noch in das video einbauen aber jetzt erst mal spiele ich das klassische mörder hoch wo bin ich denn hier jetzt gelandet in der mine das ist ja super laden war da noch dazu das hat keiner gesehen hat auch keiner gesehen du 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 das normalste auf der welt war da was ich habe gedacht da war gerade was bleiben wir mal hier unten wo bist du da ist einer ein ne ups da ist mir doch mein schwert ausgerutscht es war wirklich nicht mit absicht holde meid ist hier noch jemand hallo da ist wer ups da ist noch einer mario bleibt da bei mir ups ups nein als ob er mich jetzt abgeschossen hat und ich bin unschuldig ist aber auch kein problem dann sind wir halt unschuldig ist auch gut denn probleme mit der polizei möchte ich jetzt nicht unbedingt bekommen das war doch nicht wirklich donald duck donald warte ende stop bist du mörder okay wohl nicht oh noch ein gold noch ein gold da ist gold und ich habe einen bogen jetzt muss ich nur noch mörder finden oh fuck ich gehe erstmal hier rein wenn da draußen wieder dieser sturm ist nicht dass der mich auch noch umtötet mörder mörder und gewonnen und wer war jetzt mörder weiß ich nicht super also dann würde ich mal sagen nächste runde und dann sind wir auch schon in der letzten runde und ich habe schon wieder die hauptrolle was super ist und das ist auf einer meiner lieblings maps oh ne hier drin sind zu viele leute sonst hätte ich mir den jetzt geholt ich weiß nicht ob mir das nur so vorkommt aber ich glaube mein spiel leckt ein bisschen wegen der leitung tschüss nichts passiert alles gut es war nur der onkel doktor da ja ups das war wohl der detektiv habe ich ihn ja das habe ich schon gedacht selbstmord begeht erstmal selbstmord sie sieht mich und mein messer und macht erstmal selbstmord gucken wir mal wer da draußen noch so rumgeistert ist da wieder einer in der ecke ist schon wieder einer runtergesprungen es geht started tschüss det neglect tschüss was ist jetzt mit meiner maus los tschüss 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 wir j assistieren halt auch mal tschüss tschüss es bleibt halten stehen opta Bitte, Mr. Red Ich werde es nicht schaffen, alle zu töten Wenn die alle dauernd wegrennen Los, den anderen noch, den anderen noch Habe ich ihn, ja Äh, wo sind denn die ganzen Leute hin? Es sind noch vier übrig, aber wo sind die, wenn die sich jetzt alle in einen Raum vercampen? Ne, da sind sie nicht Hallo, wo seid ihr? Der Onkel Doktor will doch euch Nicht schon wieder, du Jetzt geht es aber wohl los Und das war es auch schon mit der Runde Ich, beziehungsweise mit den Runden Denn, ich hoffe sie haben euch gefallen Ich würde mich sehr über positives Feedback Oder allgemein Feedback freuen Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt Könnt ihr jetzt gerne rein abonnieren Und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder Ciao Outro Bis zum nächsten Mal.